so herzlich willkommen zurück zu neck wir fahren direkt fort ich habe gerade forza horizon 2 zu ende gemacht bzw das demo durchgespielt natürlich auch in meinem channel zu sehen in ungefähr einer halben stunde glaube ich oder in einer stunde erst kommt er jetzt neck dann kommt in famous wenn ich es pünktlich schaffe es hochzuladen und dann forza horizon also müsste mal gucken um halb sieben oder um sieben ist dann reisen time da könnt ihr gerne mal gucken das video geht 45 minuten und 46 sekunden also ist ein bisschen was aber ich finde es allgemein sehr schön dass man eine demo rausgehauen wurde waren wir hier nicht schon da haben wir hier das letzte mal aufgehört mir kommt das irgendwie bekannt vor hier waren wir doch schon auch das tut mir leid jetzt scheiße na egal spielen bald alles noch mal ich bin voller taten dran komm her auch so ja 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 jetzt weiß ich wo ich aufgehört habe alter und der erste tod nach einer minute und 35 sekunden geil pro gaming ja ist gut so so den nehmen wir mal mit ich habe heute geburtstag geburtstag so und zack zack oh kacke wuhu ja 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 kapott los geht's alles easy gehört zum alltag sonst fragt los geht es um noch also so jetzt haben wir wieder volles leben ja genau hier waren wir letzte folge gut wir haben vier minuten umsonst gesehen aber hey so du kriegst auch noch was ich kann da nicht hoch warum kann ich da nicht hoch war ich nicht doch mal so Äh. Kaputt machen. So. Weiter geht's. Ab hier weiß ich nicht mehr weiter. Wie immer. Ach ja, ab hier. Zack. Genau, hier waren wir. Ein Flugzeug. Eins. Zwei. Drei. Hier gibt's glaube ich gleich einen richtigen Bossfight. Drei. 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 Ah, ich bin nur über den Panzer gelaufen. Ups, das war nicht geplant, aber sah gut aus. Ha ha ha. Immer langsam. Ah, Frischfleisch. Ah, nein. Ah, ist schon kaputt. Moin. Moin. Boah. Ah. Ah, Frischfleisch. Fick. Ja. Cheater. So. Gehen wir noch da hin, da gehen... Gebäude kaputt. Voll wegen einer beschissenen Maschine. Die nicht mal viel Leben auffüllt. Warum laufe ich eigentlich so langsam? Lauf! Und Nummer zwei. Okay. Und. 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 Hey. Hä? Oh, come on. Das war doch gecheatet. Nach oben. Hochspringen kann Neck nicht mehr, ne? So, kurz warten und zack, rüber. Warten. So. Schau mal da unten. Da geht's doch. Wir kennen es irgendwoher, ne? So, jetzt hoch. So, dann geht's gleich zum Bossfight über. Die drei Maschinen, die lasse ich nochmal stehen. Erst bekämpfe ich die zwei hier. So. Laufen wir nochmal kurz. Nein! Ah, Neck! Also, du hiebst das Beste bis zum Schloss auf. Hübsch. Soll ich erst warten, bis du einsteigst? Ich warne dich. Geduld ist nicht gerade meine Stärke. Ich einsteige. Ich würde ihn doch nur bremsen. Diese Kampfeinheit ist absolut autonom. Ich muss sie einfach nur noch losschicken. Dann hast du ja einen Loschenplatz, wenn ich sie gleich zu glänzendem Schott verarbeite. Los! Was geht's? KI gegen menschliches Denken? Die Kobolde werden zurückkehren. Du kannst uns nicht aufreißen. Wow! Heftig. Hoa! Jawoll! Schwer, Alter. Du kannst mich aufreißen. Ja. Dieser Roboter ist mir stärker, als du es dir vorstellen kannst. Joa, ja. Komm. Ups. Ups. Oh. Ich brauche ein paar Leuchtsteine. Zack. Hui. Der ist schnell, Alter. Nein. Eieieiei. Nein. Ah, Mann. Die hält einen fest. Chuck. Nein. Mai. Ah, Glück hat. Nach und nach. Wie gemein, Alter. Na also. Nummer 1. So, wir sind im Geschäft. Ja, sind wir. Ne? Es wird Zeit, die Mission abzuschließen. Los, vernichten wir Ihre Armee. Oder was von Ihrer Armee übrig ist. Los geht's. Wenn ihr bei Gandaha fertig seid, treffen wir uns wieder in den Ödlanden und suchen nach dieser Höhlenmalerei. Komm mit, Lucas. Wir müssen eine Expedition vorbereiten. Und ich bereite das Ende der Folge vor.